Sie habt dann 2013 einen SAP verkauft. Das hat wahrscheinlich auch eine ganze Menge sehr fröhliche Leute generiert dann hinten raus, oder? Ja, da waren dann eine ganze Menge Leute über 70 oder so siebenschillig rausgelaufen. Also wir haben es in vollen Händen an dem Witteschneider verteilt. Das hat sich aber auch in vollem Ausmaß gelungen.